Hallo, ich lade dich ein zu einer neuen Aufgabe. Lauf umeinander, draussen oder in der Wohnung innen und suche, was dunkel ist und was hell ist. Das kann Dunkelheit als Licht sein, das kann aber auch als Farbe sein. Wird auch ein bisschen verspielt und entdeckt Neues in diesen Farbtönen. Dunkle Schatten. Da hat es eine dunkle Murmeli-Höhle. Weisse Wolken. Und helles Gestein. Dunkelbraunen Kuhabdruck. Ich wiederhole mich mit Absicht. Ich glaube, dass wenn wir mehr Momente ankommen, auch ein bisschen verspielter uns selber wohnen, dass es uns ringer mag fallen, Gott begegnen. Das ist kein Gesetz. Gott ist zwar zeitlos, aber er ist auch nicht auf Zeit begrenzt oder auf den Moment begrenzt. Gott findet immer einen Weg, uns zu begegnen. Ich habe einfach entdeckt in meinem Leben, dass es wirklich eine Hilfe ist, wenn ich den Moment mehr wahrnehme. Und dort innen suche. Und wenn ich auch nicht weit weg von meinen Emotionen bin und sie verdränge, sondern mir nahe bin, ich erlebe dann auch Gott viel näher. Wie gesagt, es ist kein Gesetz, aber eine Hilfe, probiere es doch aus, es macht auch Spass und es gibt so viel Lebensqualität zurück. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020